Fokussiert und fit ins neue Jahr. Meditation 2. Setze oder lege dich ganz entspannt hin und schließe deine Augen. Atme tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Die heutige Meditation hilft dir jetzt, dass du ganz klar und kraftvoll dein Bewusstsein fokussierst, damit es wie zu einer Straße wird, das dich zu deinen Zielen bringt. Vielleicht hast du bei der gestrigen Reise bereits für dich definiert, auf welchem Gebiet du im neuen Jahr erfolgreich sein möchtest. Und die heutige Übung hilft dir, dass du deinen inneren Bordcomputer, dein inneres GPS, dein Bewusstsein daraufhin trainierst, auf dieses Ziel fokussiert zu sein. Die ganze Welt möchte deine Aufmerksamkeit. Doch jetzt ist es Zeit, dass du deine Aufmerksamkeit, dein Bewusstsein ganz klar zurück zu dir holst. Mach dir dazu einfach mal die Unterlage bewusst, auf der du sitzt. Ob du auf einem Sessel sitzt, oder einer Couch liegst, oder auch im Auto bist. Mach dir einfach bewusst, worauf sitze ich jetzt. Und wie fühlt sich das bei meinem Hintern an, die Unterlage, auf der ich sitze? Du fokussierst dich ganz klar jetzt nur auf deinen Hintern. Und von deinem Hintern ausgehend auf deine Fußsohlen. Du spürst, wie dein ganzes Bewusstsein zu deinen Füßen hinunterfließt und sich dort sammelt. Während du diese Übung machst, spürst du, wie dein Kopf klarer und freier wird. Und du machst dir ganz bewusst, dass du immer präsenter im Hier und Jetzt wirst. Dein ganzes Bewusstsein kehrt jetzt zu dir zurück. Es ist nicht mehr bei anderen Menschen, bei irgendwelchen Dingen, die du erledigen solltest. Weder vergangene noch zukünftige Dinge. Dein gesamtes Bewusstsein fokussiert sich im Hier und Jetzt. Du spürst, wie du immer klarer und freier wirst. Und jetzt kannst du wahrnehmen, was für eine unglaubliche, schöpferische Kraft du in dir versammelst. Wie kraftvoll dein Bewusstsein ist, wenn es ganz bei dir ist. Es geht dann wieder nach links, nach rechts, zerpflückt sich nirgends, zerstreut sich nicht. Sondern es ist eine ganz kraftvolle Energie. Und du bündelst diese Energie jetzt mal ganz, ganz bewusst in deinem Unterleib, in deinem Bauchraum. Und du spürst, dass du lebendiges Bewusstsein bist. Und da bildet sich jetzt fast wie ein Energieball, kannst du dir vorstellen, ein Bewusstseinsball. Und dieser Ball strahlt wie eine Sonne, wie ein Scheinwerfer. Und du allein entscheidest, wohin du diesen Scheinwerfer richten möchtest. Möchtest du diesen Bewusstseinsscheinwerfer jetzt auf das Ziel richten, das Erfolgsziel, das du dir gestern vorgenommen hast. Dann mach das jetzt mal ganz bewusst. Du kannst diesen Bewusstseinsscheinwerfer überall hinrichten. Vielleicht, wenn du etwas bei deiner Beziehung wieder gerade rücken möchtest, dann fokussiere diesen Lichtstrahl, diesen Bewusstheitsstrahl, ganz klar auf deinen Partner oder deine Partnerin. Oder fokussiere es auf eine erfolgreiche Jobsuche, auf ein zusammengeräumtes Haus. Auf ein Idealgewicht oder ein Fitnessziel. Du richtest diesen Scheinwerfer jetzt ganz bewusst zu diesem Ort aus, wo du hin möchtest, zu diesem Ziel, wo du hin möchtest. Vielleicht visualisierst du dich einfach mal als ein schlankeres Ich und siehst du dich in einem Kleid oder einer Jeanne, die einfach ein paar Nummern kleiner ist oder wo du jetzt nicht mehr reinpasst. Und du hast das Gefühl, jetzt stehe ich dann wieder in diesem Gewand da. Spür einfach, wie dein Bewusstsein jetzt beginnt, genau in diesem Augenblick, dass es dich nach vorne trägt. Dass es dich jetzt, an jedem Tag, in jedem Augenblick näher und näher an dein Ziel bringt, an dein Erfolgsziel. Dafür ist es nur wichtig, immer wieder tagtäglich dein Bewusstsein neu auszurichten. Wiederhole diese Übung, so oft du kannst, aber mindestens für die nächsten acht Tage täglich, wo du dir immer wieder dieses Ziel vorstellst und dann spürst, wie dein Bewusstsein dich dorthin bringt. Du spürst richtig den Zug in die Zukunft, hin zu deinem Erfolgsziel. Bedank dich jetzt bei deinem wunderbaren Bewusstsein, bei deinem GPS und spür nochmal, dass du dich darauf verlassen kannst, dass es für dich da ist. Atme tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus und erlaube dir dann, in deinem Tempo ganz bewusst ins Hier und Jetzt zurückzukommen in diese Zeit, in diesen Raum und mach dir klar, dass du heute wieder deinem Ziel ein Stückchen näher gekommen bist. Du hast gelernt, dein Bewusstsein auf deinen Erfolg zu fokussieren.